Nach der ereignisreichen Nielkreuzfahrt haben wir jetzt wirklich Erholung verdient. Wir sind jetzt zwei Wochen in Hogada im Golden Beach Ressort. Ein tolles Hotel, seid einfach mit dabei. Untertitelung des ZDF, 2020 Vom Strand aus planiert man gemütlich durch die Parkanlage entlang der Pools zu den verschiedenen Themenrestaurant und dem Hauptrestaurant. Es gab ständig wechselnde Auswahl und für uns tolles Essen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Immer chillen kann man natürlich auch nicht, daher haben wir zum Arbeiten einen Platz gesucht und fanden einen ganz tollen im Diner. Danach wurden wir mit einer tollen Feuershow belohnt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020